Ich bin heute mit einer Freundin in einer ehemaligen Nervenheilanstalt, die zur Nazi-Zeit gebaut wurde im Zweiten Weltkrieg und lange betrieb war bis in die 90er Jahre. Wir sind hier in der Großkirche. Und ich bin heute dabei mit einer alten Zeissnetta, mit einem Retropan-Film und mit der Leica. Und wir erkunden halt hier mal das Gelände und ich bin schon gespannt, welche Motive sich ergeben. Pfff, 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 pfff. Das ist ein bisschen besser. Wir sind jetzt schon zwei Stunden unterwegs, haben uns zuerst mal einen Überblick verschafft und es ist wie ein Labyrinth, also wir haben uns richtig merken müssen, wo wir schon waren und wo wir noch hinwollen und wo die Motive sind, die uns gefallen haben und haben uns jetzt einige Motive rausgesucht, die wir fotografieren und die ihr jetzt im Anhang sehen werdet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020